Heyo Leute, Kramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Heute gibt's mal wieder ein Minecraft Tycoon Battle gegen Alphastein, was geht ab? Fortnite! Äh? In Aquabax, hallo! Wir sind in Minecraft, nicht in Fortnite. Stimmt! Ja, und heute, Alphastein, gibt es das Hotel Tycoon Battle, ja? Ja, Mike, es wird spannend. Ey, stopp, stopp, hallo, stopp, stopp, warte mal. Was denn? Es gibt einmal das blaue und das pink Hotel. Ich will nicht das pinke, ich nehm das blaue. Ah, okay, okay, stopp, warte, wir machen fair. Wir machen wieder Schere, Stein, Papier, wie beim Casino Battle. Okay, ich bin bereit. Okay, warte, warte, warte. Okay, okay, ich bin ready, drei, zwei, eins, let's go. Nein! Oh mein Gott, du bist so durchschaubar. Er nimmt immer, ha, 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 er nimmt immer Stein, das ist ja so klar. Okay, es geht los, es geht los mit dem Hotel Tycoon. Man muss ja ehrlicherweise sagen, bis jetzt bei den Tycoons, die letzten Male hat immer Alphastein gewonnen. Alphastein hat beim Casino gewonnen und er hat einfach beim Zootycoon gewonnen. Aber dieses Mal wird sich das Ganze ändern. So. Ich bin ein Profi in diesem Spiel, darum lieben wir es wie Playmobil. Yeah, Minecraft. Mein Konto ist leer. Oh, 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 sehr, sehr wichtig. Richtig und wichtig, was hier passiert, Leute. Ich hab schon Kunden. Ja, Bro, mein Hotel läuft überkrass. Ich baue einfach... Ich baue einfach... Ich baue einfach ein Fünf-Sterne-Hotel. Das checkst du gar nicht, was hier macht. So, ich muss hier erstmal wieder durchsehen, wie das hier funktioniert. Okay, Leute, ich glaube, man kann auf jeden Fall Kunden hier wieder reintragen. Ich habe hier auch schon gut Geld. Was ist denn hier das Nächste, was man kaufen kann? 50.000. Für 10.000. Oh mein Gott, wir müssen auf 10.000 sparen. Für 10.000 kriegen wir das nächste Dropper-Upgrade. Double Gold. Okay, dafür müssen wir noch ein paar Kunden jetzt mal schnell in unser Hotel reinbringen. Weil umso mehr Kunden, desto mehr Geld natürlich, Leute. Ist ja klar. So, und wir haben hier natürlich auch wieder einen Schlagstock ready, falls Alphastein uns mal wieder ausrauben will. Beim letzten Mal hat er nur gewonnen, weil er mich immer beklaut hat, Junge. So, zack, zack, zack. Wir sammeln das jetzt mal schnell ein, hier die Kohle. Okay, wir sind schon bei 7.800. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir brauchen, wie gesagt, 10.000 für das erste Upgrade, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie es hier weitergeht. Also, man kann hier in so einen Fahrstuhl reingehen. Dann hier die Bar kann man... Was kann man denn hier bei der Bar machen? Kann man hier irgendwas upgraden? Nee. Also, das einzige Upgrade, das ich eigentlich hier gerade sehe, ist dieses 10.000er-Upgrade. Mal gucken, was es noch gibt. Oh, wir haben die 10.000. Sehr, sehr wichtig. Wir holen unser erstes Upgrade. Und... Bam, Leute. Sehr, sehr gut. Triple. Oh, mein Gott. Okay, danach müssen wir das Triple geholt. Äh, gar nix, nix. Äh, nix, nix. Ich hab nix gekauft. Hä? Hä, was sind das, Leute? Was hab ich denn jetzt hier? Oh, mein Gott. Ey, Leute, was haben wir denn hier? Äh, Blaze on Suitcase Table Outside Moons. Man kann sogar Kunden mitnehmen. Es geht überall. Hä? Äh, nix, nix, nix. Ah, lol. Guck mal, ich muss hier das platzieren, Leute. Dann krieg ich hier Extras. Das ist ja nice. Hä? Du hast ja schon 13.000 Dollar. Äh, läuft ja übelst bei dir. Hä? Was geht bei dir ab? Bei dir läuft ja richtig, Junge. Oh, du hast dir bestimmt grad das erste Upgrade gekauft, hä? So. Ja, freu dich mal nicht zu früh. Ich hab hier auch schon richtig dickes Geld, Junge. Was ist das, Bro? So, zack, zack. Ich hab hier eine ganz, ganz krasse Taktik. Du checkst gar nicht, was abgeht. Also, bei mir mein Hotel, das ist auf jeden Fall ein heftiges Fünf-Sterne-Hotel hier. So, zack. Äh, das freut mich, Bro. Okay, okay, Bro, 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 Bro. Du kleiner, dreckiger, ey, jetzt fängt schon wieder an mit Klauen. Ja, danke, ich mein Mensch. Okay, 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 so willst du spielen, so willst du spielen, okay. Das ist der beste Bro, den ich Bro-Kid nennen darf. Okay, 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 okay. Das ist mein Bro, mein bester Bro. Okay, Alpha-Stein hat gerade gut aufgeholt. Ja, ich hab auch das nächste Upgrade. So. Ey, dieser kleine, eklige Klaut hier wieder nur. Leute, wir müssen richtig aufpassen. Wir müssen richtig aufpassen, dass der hier nicht unser Cash klaut. Oh, der Fahrstuhl ist jetzt frei. Wie funktioniert der aber, dieser Fahrstuhl? Wie macht man das? Äh, oh, hä, der fährt nach oben, ey. Jetzt hab ich den verpasst, den Fahrstuhl. Ich hab, oh Mann, ey. Okay, okay, wir müssen jetzt richtig aufpassen, dass Alpha-Stein sich hier nicht wieder reinsneakt, weil jedes Mal, wenn er uns hier so viel Geld klaut, das ist gar nicht gut. So. Hast du eigentlich schon gecheckt, was er mit diesen Koffern auf sich hat? Ja, die packst du da auf dieses Pad drauf, dann kriegst du mehr Geld, Bro. Ah, lol, okay, okay. Den Tipp hätte ich dir nicht geben dürfen. Ähm. Egal. So, zack. Ich hab das vorhin eh schon gemacht, aber mir ist nicht aufgefallen, dass da mehr Geld gekommen ist. Äh, nee, 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 nee. Das war Pfundin. Dann krieg ich nicht mehr Geld. Hä? Mach das nicht. Ey, Leute, man kann jetzt hier diesen Fahrstuhl benutzen. Ich kann mir vorhin nichts empfehlen. Aber ich hab gar keinen Plan, wie das funktioniert hier. So, zack. Wir müssen mal aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass Alpha-Stein hier nicht wieder reingelaufen kommt. Wenn ich jetzt hier hochgehe. So, warte mal. Ich teste mal hier. Zweites Stockwerk. Zweite Etage. Was kann man hier kaufen? Für 20.000 kann man mehr Rooms kaufen. Oh mein Gott, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und zack, zack, zack. Wir gehen wieder runter. Oh mein Gott, die droppen jetzt hier Diamanten. Alpha-Stein checkt locker nicht, was abgeht. Er checkt das locker nicht, dass man in die anderen Etagen hochfahren kann. So, zack. Hier, schön Kunden, schön Kunden ins Hotel reinsetzen. Schön hier Kunden reinsetzen. Ich hab jetzt leider grad gar nicht drauf geachtet, wie viel hier das nächste Upgrade kostet. Aber ich glaub, Leute, ich werde jetzt gleich mal versuchen, bei Alpha-Stein was zu klauen. Wir nehmen jetzt, wir gehen jetzt mal hin. Zack. Ich hebe jetzt mal kurz hier meinen Cash ab. Oh, warte mal. Ich hab Alpha... Der will wieder her. Alpha-Stein, bleib schön bei dir drüben, Junge. Okay, Max, ich hab gehört, du hast ganz viel Kohle dabei, Bro. Hä? Bro, wie schnell hast du mich weggenommen? Hey! Ey, Bro, sorry, aber das... Ey, Digga, wie schnell hast du mich... Du hackst doch. Ey, Digga, nee, Bro. Er hat 64.000. Bro, du hast mich grad two-hit weggemacht. Das ist doch... Also, hä? Ich hab mich auch fast, aber du hast nicht Glück gehabt, Bro. Ey, Leute, ja, okay, er hat 100.000, hä? Ey, das war auch das letzte Mal, dass ich mit dir das gespielt hab, hier. Willkommen! Du bist der Beste! Ey, Leute, das gibt's doch nicht, Junge. Danke, Mann! Danke für den Porsche! Ey, Leute, okay, okay, mir reicht's jetzt. Ich muss ihn auch killen, es geht nicht anders. Ich muss ihn killen. Leute, ich werde ihn jetzt so wegkillen. Ich werde ihm sein Geld klauen und ihn killen. Ist mir so egal. Ich glaube, er ist gerade im oberen Geschoss drin. Ich leg mich jetzt hier rum. Okay, okay. Bro, was hast du vollkumpelt? Ach, gar nix. Gar nix. Gar nix hab ich vor, Junge. Gar nix. Mein Unternehmen läuft besser. Hey! Ja, freut mich für dich. Freut mich für dich, dass dein Unternehmen so gut läuft. Max, Bro, du bleibst stehen. Okay. Neh mal, 4, 3. So, zack. Max, Max, komm schon. Max, ich hör dich nicht, Bro. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mann! Schade. Ey, Digga, nee, das macht keinen Spaß, Bro. Ah! Schnell! Ja, okay, jetzt entkommt er wieder. Ich hab drei Herzen. Ich hab drei Herzen, mein Kraming. Ey, Digga, es macht für mich keinen Sinn. Minecraft macht für mich keinen Sinn. Bleib weg, bitte. Bro, ist mir egal. Max, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Oh, du stirbst jetzt. Es ist mir egal. Ey, bitte. Abgraden, abgraden. Ja. Bring dir nichts anderes Geld. Mann. Was hast du? Ja gut, 90.000, ne? Ja, ich kann es mir wiedergeben, Bro. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das nichts bringt. Ja, versuch doch, versuch doch. Du hast echt viel Beute erzielt, Bro. Du hast echt viel Beute erzielt. Sehr viel Beute. Das hat sich voll gelohnt, hä? Ja, ja, hat sich sehr gelohnt. So, zack. Können wir hier auch mal upgraden. Sehr gut, auf jeden Fall. Oh, Leute. Alpha-Stern ist wirklich ein harter Gegner in diesen Tycoons. Muss ich ihm echt lassen. Ganz so, Bro. Ja, Bro, er hat hier schon das doppelte Upgrade, ey. Das ist nicht gut. Der ist echt gut vorne. Also, ich geh mir gleich mal erst einen Porsche kaufen. Ich muss gerade noch entscheiden, welche Farbe. Blau oder so. Alter, ja. Geh deinen Porsche kaufen. Mach mal. Und warte mal, das reicht schon, glaube ich, für einen Lambo sogar. Ich glaube, ich hole mir einen Lambo. Welche Farbe willst du nehmen? Grün oder... Ich hole mir einen blauen Lambo. Sehr gut. Hey, Leute. Leute, ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss ihn gleich nochmal attacken. Ich muss ihn gleich... Ich werde jetzt mein Geld hier ausgeben. Ich muss ihn nochmal attacken. Anders, da geht es nicht. Anders, da geht es nicht, Leute. Ich muss mir Geld von ihm holen. Bei ihm gibt es auf jeden Fall mehr zu holen als bei mir. Er hat schon nämlich fettere Upgrades. Wir können das Game jetzt hier nur wechseln, wenn wir ihn einmal richtig fett wegkillen. Na, Alfie. Na. Versuche gar nichts. Raus, das ist das Hausverbot. Hör mal. Das war schöne Liebe. Max. Meinst du so? Meinst du so? Nein, nein, nein. Nein. Du hast was gelernt. Geld bringt dir nichts. Max, du kannst mir nichts anfangen. Doch, damit werde ich mir jetzt schön einen Lambo kaufen. Das reicht schon von dem Bugatti. Guck mal. Oh, 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 oh. Max, du musst noch viel lernen. Ey, Bro. Also, sorry. Ich check das Spiel nicht. Bro, wie viele? Er macht mich two hit weg. Guck mal, wie geht's? Alter. Oh mein Gott. Stehen wir ihm. Wo bist du? Du Vogel. Du Vogel. Du bist ein Vogel. Schicke dich bald in die Schule. Du wirst in die Schule gehen. Du gehst in die Schule. Du gehst in die Schule. Du gehst in die Schule. Du musst lernen, wie man respektiert. Oh, dir habe ich gar keinen Respekt, Junge. Ich kaufe mir einen Bugatti jetzt, Junge. Du checkst gar nicht, was bei mir jetzt hier abgeht. Du checkst nicht, was hier abgeht, Alfie. Oh mein Gott, mache ich viel Geld. Oh mein Gott, mache ich hier schon viel Geld. Stimmt. So, zack, zack, zack. Jetzt geht's. Oh mein Gott, machen wir hier viel Geld. Oh mein Gott. Mein Konto ist nicht leer, Digga. Es ist nicht mehr leer. Digga, mein Konto ist auf jeden Fall gerade auch nicht leer. Oh mein Gott, geht das hier ab. Das dauert zu lange. Das geht nicht so weiter. Ich muss anders Geld holen. Oh mein Gott, geht das hier ab, Bro. Oh Leute, er will zu mir. Er will zu mir rüber. Ich merke schon, er will zu mir. Du guckst schon richtig ein Cry-Mix. Ja, komm doch. Komm ein Cry-Mix. Ja, Bro. Er macht mit. Ja. Ehre genommen, Digga. Ehre genommen. Wichtig, richtig und wichtig. Nö, nö, nö. Ich kaufe mir jetzt erst mal schön was. Tschüss. Du gibst mir mein Geld wieder ein Cry-Mix. Das ist mein Geld. Oh Leute, nein, nein, nein. Alfie kommt hier gleich. Ah, du willst gleich zu mir kommen, ha? Du kommst jetzt runter ein Cry-Mix. Hallo. Ja, komm doch. Hey. Hey. Oh. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du willst es mir gehören? Nein. Wieso? So. Hey, das gilt auch mir. Ah, gut, dass du noch versuchst, dir das zu holen, ne? Hey, hey, hey. Sehr gut. Du bist ein bisschen gierig geworden, ne? Oh, 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 oh. Ah. Okay, er ist weg. Er ist aufgezicht, Bro. Er ist aufgezicht. Ich hab drei Millionen. Ach, Mann, Leute. Mann. Ich check wirklich nicht. Manchmal killt er mich so schnell, Leute. Manchmal kann er mich so schnell killen. So, zack, zack. Ich platziere jetzt mal hier schnell die Koffer. Ja, das Ding ist, Leute, wir brauchen jetzt drei Millionen für das nächste Upgrade. Das dauert mir aber hier zu lange. Ich muss ihn auch nochmal killen. Ich muss ihn unbedingt nochmal killen, Leute. Anders, da geht's nicht. Anders, da geht's nicht. Ich muss ihn killen. Ich brauch sein Geld. Ich brauch sein Cash, Leute. Na, Alfie? Ach, ey, komm, Digga, ehrlich. Digga, nee, nee, nee. Ich mach keinen PvP mehr mit dem. Ey, Mann, Leute. Ich hab erst einmal gegen ihn den PvP gewonnen. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, du gibst mir jetzt noch mehr, weil du so frisch weißt. Alter, ja, komm doch. Komm doch, Junge. Komm doch rüber. Leute, wir müssen jetzt nacken. Das ist ja super wichtig. So, ey. Merk. Bam. Wichtig. Wichtig. So, nee, du kriegst gar nichts von mir. Du kriegst gar nichts von mir. Ich schaue die Security ein. Ja, hol dir die Securities. Probier doch. Hol dir. Die funktionieren nicht. Die funktionieren doch nie hier. Die funktionieren nie bei den Tycoons hier, die Securities. Alter, was? Wie viel Geld machst du? Du hast jetzt schon wieder 2,8 Millionen. Bro, ich hab mir direkt investiert. Weißt du, ich hab Ahnung von Business Investitionen. Ja, ja, er hat das Nix-Hotelzimmer-Upgrade. Leute, wir müssen unbedingt, wir müssen ihn irgendwie aufholen. Aber jetzt hab ich so viel Geld, damit kann ich ihn nicht angreifen. Ich muss jetzt auch erst mir mal das 3 Millionen-Upgrade holen. Das dauert hier so lange. Verdammt, Leute. Das dauert mir hier so lange. Ich muss versuchen, ihn einmal auszurauben. Ich muss versuchen, ihn einmal auszurauben, Leute. So, warte mal. Wir sneaken uns hier mal an der Seite vorbei. Ich muss einmal sein Geld sneaken. Er hat 6 Millionen, Bro. Du kannst mir jetzt mal was abgeben davon. Was willst du? Du machst so viel Geld, du kannst mir jetzt erst mal was abgeben, Junge. Bro. Willst du mich hauen? Hey, was geht's? Guck mal, wie geil ich hab. Alter, du hast 10 Millionen. Ja, gut, okay. So richtig nicht, Bro. Alter, du hast jetzt 10 Millionen. 12 schon. Ey, Bro. Ey, Alphastern ist zu reich. Alphastern ist wirklich zu reich, Leute. Das ist gar nicht gut. Und bei dir war auch noch ein bisschen. Aber es war nur Trinkgeld. Es war nur 500 Euro. Ja, Bro. Bei mir läuft nicht. Bei mir ist nicht viel Geld. So, aber. Also ich sag so. Ich hab bei dir grad mehr Geld rausgeholt als bei mir. Deswegen, das war schon gut. Das war gut. Das war gut, dass ich grad bei dir kurz war. Wo bist du? So, zack. Und zack. Schön. Zwei Upgrades. Jetzt grad bestelle ich mir schon meinen Bugatti, mein Erster. Alter, ich muss ihn noch mal killen. Ich muss ihn noch mal killen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Wir müssen ihn killen. Er hat so viel Geld. Er hat 30 Millionen. Das geht nicht. Wir müssen ihn killen. Wir müssen ihn unbedingt killen, Leute. Sonst war's das hier für uns. Ja, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Ich sag's, wer du bist. Ich hab mich aufgerückt. Ey, Bro, du machst so viel Geld. Das ist echt nicht normal. Das ist wirklich nicht normal, Alter. Also, was auch immer du für Upgrades hast. Es ist okay. Du kannst jetzt mal schön meinen Upgrade machen. Upgrade wiedergeben. Nö, nö, nö. Ich geb das gerade aus. Ich geb das Geld gerade aus. Kann dir leider nix geben. Ja, seh mir gleich. Seh mir gleich. Seh mir gleich. Seh mir gleich. Ja, wir werden sehen. Fahrstuhlkampf. Das geht nicht. Äh, 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 äh. Du bist der OP-Schuss. Geh mein Geld wieder. Geh doch raus hier aus dem Fahrstuhl. Geh doch raus. Geh mein Geld. Hä? 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 Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Danke. Junge. Da merkt man aber leider, dass du echt nicht so schlau bist, weil ich wurde vom Fahrstuhl gekillt. Das heißt, du hast das Geld nicht bekommen. Ich habe irgendwie mehr Geld bekommen, Bro. Weiß ich nicht, aber, äh, nee, da stand nämlich nichts davon. Äh, Bro, wie toll ist das nächste Upgrade? 50 Millionen. Ach, du heilige Leute. Ach, du heilige. Das ist hier so teuer mittlerweile alles. Geh kein Problem, Max. Geh kein Problem. Leute, wir müssen noch mal bei Alphastein klauen. Wir müssen noch mal bei Alphastein klauen. Ich mache keine Auge. Bro, ich mache Auge auf dein Hotel. Das willst du versuchen, mein Krami? Lass mich doch mal ein bisschen hier von deinem Zimmer ein bisschen einnahmen. Mein Konto ist leer. Es ist einfach leer. Ja, verstehe ich. Nimm, nimm dir das Ding. Oha, hä, hä, hä? Dankeschön, danke. Kein Problem, Max. Kein Problem. Egal, seit wann bist denn du so ein Ehrenmann? Wo ich schon immer, wo ich schon immer. Egal, Leute. Mein Konto ist hier bald leer, Junge. Okay, okay. Richtig und wichtig. Aber ich habe mir hier gerade ein bisschen Geld abgesneakt, weil bei mir läuft es ja noch nicht so schnell wie bei dir. Deswegen war das gerade wichtig für mich. So, zack. Und jetzt kann ich mir nämlich auch eine richtig krasse Luxusetage holen. Bringt die gar nichts. Die kostet 50. Ach, ich habe ja nur 33 Millionen. Hä? Ich bin ja... Oh, Digger. Geringverdiener. Ich bin wirklich Geringverdiener. Ich bin wirklich Geringverdiener. Leute, ich habe nur 33 Millionen. Wie arm bin ich eigentlich? Also, wenn du noch bist... Oh, du hast genug. Oh, ja, wichtig. Wuhu. Wir haben das Geld. Nix, 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 nix. Ich habe mir gerade das Upgrade gekauft. Wuhu. So, sehr, sehr gut, Leute. Ach, Alphastein. Guten Tag, wie viel Geld machst du? Meine Geschäfte laufen sehr gut, Junge. Viele Millionen machst du in der Sekunde, Bro. Viele Millionen. Ja, siehst du, mein Konto steht? Hey. Mein Konto ist nicht leer. Ja, dein Konto ist echt voll. Das muss man echt sagen. Ah, was kostet denn überhaupt das nächste Upgrade? Ich habe gar nicht darauf geachtet. So, wisst ihr was? Wir schauen mal. Wieder 50 und dann 150. Boah, was? 150 Millionen kostet das nächste Upgrade? Um Gottes Willen. Warte mal. Nee, das kostet nochmal 50. Das können wir uns nochmal holen. Boah, guck mal, was ist das hier mittlerweile... Bro, hast du dir mal die Zimmer... Hast du dir mal die Zimmer angeschaut, was das für Suiten sind? Ja, ich finde die wirklich nicht schön. Bro, guck mal, hier mit einem Bärenfellteppich und so. Die sind ja richtig krass. Schöne Zimmer brauchen. Schöne Zimmer brauchen auch schöne Pflege. Alter! Kleiner Ekliger. Ich brauche die Güte! Ey, Bro! Danke, dass du mich hier rausgelassen hast. Nochmal ein bisschen Geld abheben, Max. Guck mal, du musst in Minecraft langsamer hauen. Du haust zu schnell, Max. Du machst immer große Fehler. Okay. Du musst auch Zielen lernen. Boah, ich bin wirklich zu schlecht für Minecraft PVP. Ich habe jetzt voll langsam geschlagen und es bringt trotzdem nichts. Ich habe genug Geld. Nein. Wow! Hau ab jetzt! Das ist Upgrade! Das ist Upgrade. Nee. Los, Etage. Lass mich auf die Etage, Max. Nein. Lass mich hoch! Du darfst mich hoch! Ja, hör runter! So, Max. Guck mal, was wir jetzt hier kaufen. Lass mich jetzt... Ah! Oh, mein Gott. Hör schnell! Ich geh in seinen! Oh Gott, oh Gott, einfach, der ist schnell! Oh Gott, er ist schnell! Er rast schnell hinterher! Oh! Oh! Ja! Ja! Nein, der ist sofort... Ich gebe es auf! Ah! Ich gebe es auf! Geil! Mein Konto ist leer! Es ist einfach leer! Hör runter! Hör runter! Wasser! Geil! Geil! Nein! Ich glaube, ich... Oh, man. Jetzt hat er mir 100 Millionen geklaut. Als ob er keinen fetten Schaden kriegt. Ganz einfach, denn hier hoch wieder... Gibt's gar nichts! Träum nicht! Ey, mein Geld! Ach, Leute, er hat es ausgegeben. Ich kann es vergessen. Ah! Leute, aber ich habe ja auch noch dickes Geld. Wir müssen das jetzt auch mal noch schnell investieren. So, verfolgt er mich? Nein, okay, sehr gut, oder? Ne, der verfolgt mich nicht. Ey, Leute, wir müssen wirklich ein bisschen PvP üben. Das geht so nicht mehr. Wir können hier nicht immer verlieren in den Tycoons gegen Alphastein. Okay, wir haben 200 Millionen. So, wir müssen jetzt erstmal schnell hoch hier. Zack, dritte Etage. Dritte Etage rein. So, und zack. So, gekauft. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig hier. Die Frage ist, wie viel braucht man am Ende fürs Letzte? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ey, Digga. Hallo! Bro, du kleiner Ekliger. Bro, ich brauche ein bisschen Geil, der Grämming. Ich brauche die nächste Etage! So, fertig, Endstation. Danke, danke. Ah, guck mal, wenn ich mich wieder aufgelassen habe. Ja, kein Problem. Bro, wie schnell das bei ihm geht. Also, wirklich. Das ist frech. Das ist frech, Bro. Kein Thema, Bro. Ich bin dir gerne Geld. Das ist doch frech. Alter, wie viel kostet das Letzte? Eine Milliarde. Ach, du heilige. Eine Milliarde kostet das. Oh mein Gott. Ich gucke auf die Uhr. Eine Minute noch. Kein Problem. Oh mein Gott. Eine Milliarde kostet das nächste. Okay, Alphastein. Geld. Alphastein ist gerade ein bisschen vor mir. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist ein bisschen zu viel Geld, der Grämming. Ah, willst du es nochmal drauf anlegen, hä? Nein. Okay, er kommt, er kommt. Nein, nein, nein. Ich will dir gar nichts klauen. Okay, ja, du kleiner. Ich klaue dir gar nichts. Mein Grämming. Ah! Ey, Leute, ich habe den Dreh jetzt raus. Ich weiß jetzt, wie man kämpft hier. Ah, Alpha, hä? Mike. Alphastein. Mike. Mike. Ich warte auf niemanden. Du warte es. Du warte es. Ja, ja. Fahr runter. Der Fahrstuhl fährt hoch. Nein, 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 nein. Nein. Komm, Mike. Nein, 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 ich hatte das Geld. Ich hatte das Geld, du Ekliger. Bro, ich dreh durch, ich dreh durch, Leute. Nein, nein, nein. Er hat den Fahrstuhl runtergerufen. Okay. Ja, Fortnite. Digga, nein, nicht Fortnite. Ja. Nicht Fortnite. Ja? Lass mich hoch. Ja, hier. Ey. Lass mich hoch. Lass mich. Ja, 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 ja. Es reicht jetzt, Icry Mix. Will ich platt machen? Wichtig. Icry Mix, bitte. Wir waren immer Freunde. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bei unseren Tycoon ist Freundschaft vorbei, Bro. Ich weiß, wir waren immer Freunde, Icry Mix, Bro. Weißt du noch damals? Ich habe hier mitgeholfen, mit meinem Freund. Bro, lass mich in Ruhe. Mein Freund. Ekliger. Gib mein Geld. Gib mein Geld. Gib mein Geld. Ich bin weg, Bro. Ich muss los. Hey. Hey. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Runter. Runter mit dir. Nein, 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 nein. Stehen bleiben, mein Crayton. Nein, 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 nein. Gib mir mein Geld. Nein. Du kriegst dein Geld. Bro, ich fahre mit dem Fahrstuhl jetzt hoch und ich werde gewöhnt. Gib mein Geld. Du kriegst mich niemals. Mein Crayton. Bro. Oh mein Gott. Hey. Ich habe die Meter. Runter da. Runter da. Ich stehe auf dem Fahrstuhl. Du kannst mich nicht kriegen. Ja, ich habe es ausgegeben. Ja. Nein. Gewonnen? Ich muss, glaube ich, da irgendwie erst da oben rein. Aber ich habe es ausgegeben. Oh, oh. Komm, 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 komm. Was steht da oben? Hast du gewonnen? Ja. Ich bin in der Präsidentensuite. Hast du gewonnen? Hast du gewonnen? Ja. Nein. Was ist? Nein. Oh mein Gott war das Struggle, Leute. Mein Hotel wird verstört. Oh mein Gott war das Struggle, Leute. Let's go. Endlich war ein Teil gut geworden gegen Alphastein. Oh, und David sein Hotel weggebrochen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Craytis. Euer Craytis. Ier Craytis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017